Der spirituelle Name Amodini. Amodini ist ein spirituelles Name für Frauen. Amodini ist die Energie, die durch Freude charakterisiert ist, die Frohe. Amoda heißt nämlich voller Freude. Amoda heißt auch Vergnügen, Freude heißt Glück, heißt wenn man sich freut. Amodini ist also diejenige, die voller Freude ist, diejenige, die auch Freude weitergibt, diejenige, die alles Wunderbare erfährt und weitergibt. Wenn du Amodini heißt, dann wisse, tief im Inneren ist immer Freude, auch wenn du mal durch andere Gemütszustände gehst. Im Inneren bist du Amoda, freudevoll, voller Glück.